Deine Energien zum Wochenende. Oh mein Gott, das Wochenende, 12. bis 14. August. Wir gucken mal, was so an diesem Wochenende auf uns zukommt, auch mit unserer Vollmond-Energie. Vollmond im Wassermann, der kann ja auch einiges. Gucken wir mal, wobei uns die aktuellen Energien gut unterstützen können an diesem Wochenende, wenn du da Lust drauf hast natürlich nur, denn am Ende, wir haben ja immer noch einen freien Willen. Also auch wenn die Taten sagen, kümmere dich mal um XYZ oder mach mal so und so, ist ja ein Rat, ein Hinweis, was zu den Energien aktuell passt, aber müssen wir ja nicht machen. Und wir haben hier unseren Hohepriester, der sagt, ja, setz doch mal bestimmte Ideen um. Vielleicht hast du irgendeine spontane Eingebung gehabt, jetzt vielleicht auch gerade mit dieser Vollmond-Energie, ist das so, ich könnte ja mal oder wäre doch cool, wenn oder ja, was auch immer. Ob es jetzt was Berufliches ist, eine Idee für ein neues Programm, Idee für ein neues Projekt, ein neues Buch, was Kreatives, ich könnte ja mal wieder malen, ja. Oder ob es eine Idee ist von, ich könnte ja mal wieder eine Party schmeißen, ich könnte ja mal XY anrufen, vielleicht denkst du auch in letzter Zeit öfter an eine gewisse Person, wo du sagst, Mensch, ich frage mich, wie es mit ihm geht, könnte mich ja mal wieder melden. Also auch sowas kann damit gemeint sein, ja. Also was immer dir gerade so in letzter Zeit so ein bisschen vermehrt im Kopf rumschwirrt, wäre doch mal ganz cool, das jetzt anzugehen an diesem Wochenende. Du hast ja drei Tage Zeit, je nachdem, wann du dieses Video siehst. Guck doch mal, was das sein könnte für dich persönlich, jetzt mal so als Grundenergie. Und jetzt gucken wir gleich mal rein, was das Tauro noch genauer dazu sagt, aber vielleicht reicht dir das auch schon als Info aus, wo du sagst, na ja, ja, ich weiß genau, was damit gemeint ist. Ich beende das Video, ich lege gleich los, kann ja auch sein. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Für alle anderen, wir gucken mal, was hier mein Bienentarot dazu sagt. Ich liebe es. Übrigens, wenn dich interessiert, welche Kartendecks ich benutze. Mittlerweile weißt du ja, in der Infobox unter diesem Video findest du die aufgelistet. Wenn du dich selber mit Kartenlegen beschäftigst, dann hast du ja vielleicht auch immer mal so einen Blick auf die verschiedenen Decks, die so dabei sind. So, was haben wir denn hier? Die stöpfe ich wieder rein, die sind so komisch gefallen. Nein, wir haben sieben der Stäbe und Königin der Schwerter als weitere Karten hier. Also da geht es schon darum, sich, na wie soll ich sagen, mit dem, was man kann, etwas Neues kreieren. Also das passt schon zu dieser Energie hier, gerade in beruflicher Sicht zu sagen, ich erschaffe etwas Neues, ich kreiere etwas Neues. Und zwar aus dem, was ich kann und weiß. Also vielleicht hast du ja irgendwelche Workshops besucht in der Vergangenheit, hast da Wissen angeeignet, aber hast es noch nicht so wirklich benutzt. Ja, dann wäre jetzt der Moment zu sagen, was kann ich denn aus dem Wissen oder auch aus den Gabentalenten, die ich habe, jetzt kreieren. Also passt auch wiederum zum Thema Buchschreiben, was Malen, was Kreatives umsetzen. Vielleicht geht es auch darum, deine Wohnung anzustreichen und zu malern. Ja, also guck mal im weitesten Sinne, was es sein kann. Den Garten umgraben, Pool ausheben, was auch immer. Ja, also Fakt ist, aus dem, was du kreieren kannst, auch wirklich etwas kreieren. Kann auch die Organisation von einer Party sein. Ja, aber du machst es. Du machst es selber. Du lässt es nicht machen, also vielleicht mit Unterstützung und Hilfe. Ja, aber es geht schon darum, du machst das, weil du es kannst. Nichts, weil du einfach soweit bist, weil du dabei bist, einen Weg eingeschlagen zu haben, der jetzt auch auf Umsetzung wartet. Ja, also buch nicht die nächste Ausbildung oder überleg nicht lange, sondern mach es. Und da haben wir schon wieder die sechs der Schwerter, die hier kommt und sagt, weil es ist an der Zeit, sich diesen Erfolg auch zu holen, aufzubrechen. Und aus Zeiten, in denen du dich vielleicht noch unsicher gefühlt hast. So, jetzt bin ich wieder beim Thema, man lernt was Neues und man weiß noch nicht so genau. Doch, du weißt genug. Du kannst jetzt anfangen, du kannst das jetzt nutzen, diese Wissen, diese Erfahrung, vielleicht auch ein Aha-Moment, den du hattest, der eingeschlagen ist, wie so ein Blitz, wo du sagst, wow, krass. Und wo du jetzt aus einem neuen Selbstverständnis heraus und dass du reingewachsen bist, über die Zeit, über deinen Weg, über deine Erfahrungen, jetzt eben auch das in die Welt tragen kannst. Also ich glaube, das ist jetzt schon so ein Reading von, mach mal was mit dem Wissen, was du hast. Du packst nicht immer so kleine Brötchen, sondern nutzt das Wissen, das du hast, um damit Neues zu kreieren. Das ist wirklich die Botschaft des Tages. Nutze das Wissen, das du hast, um was Neues zu kreieren. Das Wissen, die Talente, die Gaben. Ja, ob das jetzt was Kreatives ist, wie ich jetzt gesagt habe, ja, malen, Wohnung neu dekorieren, ja, was auch immer. Oder eben, ich denke mal, für den Hauptteil, die hier zuschauen, schon eher in Richtung Business zu sagen, bitte nutz doch dein Wissen, nutz es doch einfach besser, gezielter. Vielleicht geht es auch darum, sich, wenn du jetzt irgendwo angestellt bist, zu schauen, kann ich mir eine Beförderung holen oder kann ich in einer anderen Firma mein Wissen anders nutzen, anders aneignen, vielleicht brauche ich eine andere Stelle, vielleicht kann ich innerhalb meiner Firma irgendwas wechseln und tauschen. Ja, wenn du selbstständig bist, was schiebst du vor dir her, was du noch nicht wirklich implementiert hast in dein Daily Business, ja. Ja, und auch hier mal wieder Folge der Freude, ja. Guck, was dir in die Wiege gelegt wurde und nutze das. Also, oder was du dir auch selber in die Wiege gelegt hast. Dieses Natürliche von, das liegt mir doch so gut. Ja, dann mach das doch. Dann versauere doch nicht mit irgendwelchen Sachen, die du abarbeiten musst, wo du vielleicht für andere aktiv bist oder wo du dich für irgendwas durchquälst, weil du es gut kannst, aber weil es gar nicht so deiner Freude entspricht. Guck doch, was dir mehr Spaß macht und mach das. Dinge, die dir wirklich, wie die Biene hier so von Blume zu Blume wandelt und sagt, oh, ein Blümchen, oh, mal gucken. Ja, also mach doch das, was dir Spaß macht. Und was meinst du, was du damit für Freude kreierst, nicht nur für dich, sondern auch für andere, ja. Auch für andere, dass du einfach da mit so einer Freude, mit so einer Leichtigkeit vorangehen kannst in deinem Leben, aus einer ganz anderen Tiefe heraus agierst, weil du endlich umsetzt, was für dich auch gemacht ist und was zu dir will. Und bitte hör auf, dir Dinge auszureden oder mit ja, aber, ja, aber, ja, aber zu kommen. Die Zeit der Ausreden ist vorbei. Die brauchst du nicht mehr länger. Ja, du brauchst dich dem nicht mehr länger bedienen, weil, also, kannst du, musst du aber nicht, ja. Wer jetzt mal an der Zeit alles, was an Ausreden kommt, um nicht voranzugehen, loszulassen und wirklich umzusetzen, was aus dir rausfließen möchte, was aus deinem Potenzial heraus will einfach. Und jetzt gucke ich hier, weil ich die Karten gerade so komisch halte, hier in der Kamera, hier haben wir noch das Ass der Stäbe hier unten drunter am Kartendeck. Also, ich sage mal, wie viele Hinweise brauchst du denn noch, das jetzt an der Zeit ist, wirklich Ideen umzusetzen? Du bist soweit, du bist da reingewachsen. Also jetzt bitte folge doch dem inneren Ruf, folge dem Potenzial und kreiere, was das Zeug hält. Gut, so, was haben wir hier als abschließende Botschaft zu diesem Reading, bevor wir zu deinen eigenen Fragen kommen? Da haben wir die Zinie, die sagt, manchmal ist der Schlüssel das, was nicht da ist. Ja, weniger Ausreden, ne? Guck doch mal, was du bisher noch übersehen hast auf deinem Weg. Was hast du bisher übersehen auf deinem Weg? Dann haben wir hier mal wieder die Gardenie. Wach auf, roll die Wolken zur Seite, ja, komm in deine Awareness, wie heißt das, dein Bewusstsein und schau dir an, was das Leben bereithält beziehungsweise was durch dich in die Welt getragen werden möchte. Dann haben wir hier die weiße Nelke, die sagt, Leidenschaft, Hingabe, sei ehrlich und rein in Gedanken und Taten. Ja, hör auf, dir selber am Weg zu stehen. Dann haben wir hier den Flachs, der sagt, mach mal ein bisschen langsamer, ja. Ja, muss ja nicht mit dem Kopf durch die Wand. Also auch hier finde ich ganz wichtig, dieser Hinweis von, alles braucht seine Zeit. Ja, wenn man soweit ist zu erblühen, dann erblüht man, aber jetzt ist an der Zeit zu erblühen. Das heißt nicht, dass du jetzt alles gleich über den Zaun brechen musst, aber ja, mach langsam, aber mach beständig. Und wir haben Dankbarkeit mit dem Hasenblöckchen. Die Dankbarkeit, die sagt, sei dankbar für das, was gut ist, was jetzt Gutes in deinem Leben ist. Und aus dieser Dankbarkeit heraus kann man ja auch nochmal ganz neu kreieren. Was haben wir hier noch? Orangenblüte, Enthusiasmus. Das Beste kann hier sein. Glaub doch einfach mal dran. Ja, 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 ja. So, dann kommen wir zu deiner eigenen Frage. Von daher, denk doch mal an ein Thema, an eine Frage, wo du gerne irgendwie einen Hinweis oder ein Zeichen brauchst und sagst, Mensch, was wollen die Karten mir denn raten zu diesem Thema, zu dieser Frage, die ich habe, zu dem, was mich gerade so umschreibt. Ich muss auch keinem erzählen, dass ich ursprünglich mal Literatur studiert habe. Zu dem, zu das, so. So, also, wir haben hier zum einen, du bist, bist du Schöpfer oder Opfer deines Lebens? Übernimm die Verantwortung über die Situation, in der du gerade stehst, über die Position, wo du gerade bist. Und was willst du jetzt draus machen? Schöpfern? Schöpfern. Schöpfen oder im Opferdum versinken? Also, passt ja auch wiederum hier zum Hauptwedding ganz gut. Jetzt mach doch mal bitte, wie lange willst du denn noch warten? Und dann haben wir hier smooth and easy. Es läuft doch alles. Also, mach doch einfach langsam, beständig weiter. Passt ja auch jetzt so der, wo hatten wir es? Weißt du was? Der Flachs, der sagt, ne, du musst es ja nicht, du musst ja nicht mega schnell, du musst ja nicht einen Sprint laufen. Mach einen Marathon draus. Jeden Tag ein bisschen ist besser als nix. Yay. Also, uns ein schönes Wochenende. Schreib doch gerne mal in die Kommentare, wenn du teilen möchtest, welche Idee du denn als nächstes umsetzen wirst. Was du denn Kreatives in die Welt tragen wirst oder in deiner Welt verändern wirst. Wie du dein Wissen, deine Gaben und Talente nutzen möchtest in Zukunft, um noch mehr zu wirken. Und da kannst du dir an diesem Wochenende jetzt schön Gedanken drum machen. Bin sehr gespannt. Lass mir, gefällt mir da, wenn das Video dich abholt und dann uns ein zauberhaftes Wochenende. Deine Denise. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.